Yo, hi Leute, hier ist der Pitbull. Ich zeige noch eine Runde Subway Servers Island. Das Spiel ist ziemlich cool gemacht, strategie-mäßig. Ihr müsst halt springen, kriechen und und und. Richtig cool gemacht Leute, ihr müsst Münzen sammeln und das gibt es kostenlos bei Playstore. Let's go, wir gehen mal rein. Da kommt er schon. Wir haben gejagt und wir müssen uns echt ganz schnell abhauen. Der Typ sieht aus wie ein Osterhaas, ich weiß auch nicht warum. Schnell weg hier. Nee so, schnell weg. Du kriegst mich niemals, ich flieg mit Mumps-Geschwindigkeit. Mit Mumps-Geschwindigkeit flieg ich. Hui. Jawohl, super cool. Ich kann fliegen, was kannst du? Nix. Krieg ich durch, komm, komm, komm. Hui. Alter, das ist schwer. Ich bin schwer, sei ruhig. Uah. Alter, das ist schwer. Hui. Huuu. 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 Alle meinen, alle meinen. Komm, mehr. Mehr. Wag. Huuu. Alles meins. Jawohl. So schnell, so schnell. Komm, 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 komm. Ich weiß ja viel. Oh nein. Nein! Ja, gut. Ähm. Dazu sagen wir mal nix. Ist es drin? Oh, ist es drin? Nee, habe ich das. Kein Hundebruch. No, heißt nur 3855. Wenn ihr es mir gespielt habt, Leute, dann schreibt mir mal in die Kommentare, als euer Highschools bitte ehrlich antworten und nie hier irgendwie sagen, hey, ich meine, das ist 12.000, bla bla bla. Bitte ehrlich sein. Ja, Hufeisen, komm. Komm zu Papa. Danke. Hä, bin ich jetzt gelassen? Okay. Wow. Ja, macht man es. Ja, gut. Das ist aber, wenn man jetzt irgendwie mal irgendwo sitzt, nur so im Bus oder Bahn oder im Auto oder man sich langweilt oder sonst irgendwas, einfach mal eine Runde zocken. Kann man ja auch ohne Ton spielen, davon abgesehen. Und für kostenlos finde ich es einfach richtig nice gemacht. Ich habe meine Frau auch schon gespielt. Ich glaube, meine Kinder haben es auch schon gespielt. Ja. Ich kann fliegen. Was kannst du? Ja. Nein, nein. Oh, ich mache alles hier. Ich habe einen Schuh. Ich habe einen Schuh. Bob, 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 Bob. Erzähl du mal was dazu bekommen. Gefällt dir das Spiel? Ja, ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich kann fliegen. Was kannst du? Tschüss. Ja, komm. Komm, komm. Ich habe alle Münzen mit. Nein. Wow. Alter Schwede. Muss ja wirklich schnell sein, weil die Züge sind ziemlich krass unterwegs. Kassenschuh. Kassenschuh. Oh. Schweinehut. Ja, komm, komm, komm. Lass mal heiß gehen wieder. Oh. Okay. Abgekratzt. Ich habe gekratzt. Wie es dabei ist, wenn euch das gefallen sollte, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn wir mehr davon sehen, wenn ihr einen Spielwunsch mal habt, den ich mal testen soll, dann auch einschreiben. Also Leute, bleibt gesund. Bis später. Ciao. Ciao.